Willkommen zum The Smarter E-Podcast, für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Erneuerbare Energien sind von ihrem Wesen her fluktuierend, stehen also nicht durchgehend zur Verfügung. Deshalb spielen Großspeichersysteme eine entscheidende Rolle für das Gelingen der Energiewenden. Letztlich können nur Großspeichersysteme die Netze stabil halten, indem sie an strategisch günstigen Netzknotenpunkten überschüssigen Strom aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben. Wie weit aber ist Deutschland bei Großspeichersystemen? Welche Geschäftsmodelle stecken dahinter und wie lassen sie sich wirtschaftlich darstellen? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Diplomingenieur Hans Urban, Branchenexperten im Bereich PV und Großspeichersysteme und Berater für erneuerbare Energien und Elektromobilität. Auch heute möchten wir uns wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das die SMA Sunbelt Energy GmbH. SMA Sunbelt als Teil der SMA-Gruppe realisiert innovative Microgrid, Hybrid- und Großbatterieprojekte sowie Power-to-Gas-Anwendungen weltweit. Als Systemintegrator kombiniert sie erneuerbare Energiequellen mit konventionellen Stromerzeugungsanlagen und integrierten Speicherlösungen zu intelligenten, ganzheitlichen Systemlösungen. Kunden profitieren von 40 Jahren SMA-Erfahrung im Bereich Photovoltaik und Speicherlösungen. Aber jetzt zu unserem Gast. Hallo Herr Urban. Hallo Herr Bücklein und danke für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei bin. Heute geht es ja um Großspeicher, aber vielleicht zunächst ein Wort zu den Speichern im Privat- und Gewerbebereich, die ja in aller Munde sind. Wie rentabel sind denn diese Speicher oder viel wichtiger, welchen Beitrag können die zur Stabilität der Netze im Rahmen der Energiewende leisten? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, Herr Bücklein. Diese Speicher, die sind ja alle, wie der Fachmann so schön sagt, behind the meter oder hinterm Zähler. Das heißt, die haben eigentlich sehr gute Voraussetzungen. Denn wenn ich eine PV-Anlage habe, dann kann ich diesen Strom zwischenspeichern und dann ohne alle Gebühren und ohne Steuern dann auch selber benutzen. Also wie gesagt, die Voraussetzungen sind gut. Trotzdem muss man sagen, die Rentabilität der Speicher ist immer noch sehr begrenzt. Das Paket PV-Anlage mit Speicher ist im Allgemeinen rentabel, der Speicher alleine eher nicht. Anders kann es sein bei sehr großen Betrieben, die hohe Leistungspreise zahlen, die Spitzenlasten zahlen. Da kann ein Speicher per se sehr schnell wirtschaftlich werden. Also da sind gute Voraussetzungen. Man muss das wirklich sehr individuell betrachten. Ja, und welchen Beitrag können die denn leisten zur Stabilität der Netze? Spielen die da eine Rolle überhaupt? Das ist immer noch sehr umstritten, ob die wirklich netzdienlich sind. Die Frage ist natürlich, ob man es irgendwann von extern ansteuern kann. Solche Modelle gibt es ja schon. Aber trotzdem muss man sagen, die Netzdienlichkeit ist wahrscheinlich doch ein bisschen begrenzt. Jeder wirkt in die richtige Richtung. Aber wir werden damit die Netze langfristig nicht wirklich stabilisieren können. Da gibt es ja einen berühmten Mann, der sich da viel damit beschäftigt. Das ist der Bruno Burger mit seinen Energy Charts. Der sagt auch, diese Speicher können helfen, aber wir brauchen einen gewissen Anteil an Großspeichern. Die man wirklich schnell und absolut netzdienlich ansprechen kann, damit man diese Netze langfristig im Rahmen der Energiewende stabil halten kann. Ja, es geht ja letztendlich darum, dass es bei den erneuerbaren Energien ja eine zeitliche Lücke zwischen Erzeugung und Verbrauch gibt und man dafür diese Großspeicher braucht. Vielleicht mal vom Horrorszenario angefangen. Es gibt ja auch Bücher und Filme darüber, welche Gefahr droht denn ganz konkret, wenn das nicht schnell genug gelingt, diese Stabilität sicherzustellen? Wenn das nicht schnell genug gelingt, dann haben wir natürlich erstmal Probleme, fossile Kraftwerke abzuschalten. Das ist ganz klar. Das Extremszenario wären natürlich irgendwelche Blackouts. Da gibt es ja zum Beispiel in diesem Jahr etliche Vorfälle, die schon in die Richtung gehen. Allerdings muss man ganz deutlich sagen, nicht durch erneuerbare Energien hervorgerufen, sondern eher immer durch Probleme in der konventionellen Schalttechnik oder was auch eine hohe Gefahr ist, ist ganz einfach Datensicherheit, Hacking und so weiter. Also da darf man die Energien, die erneuerbaren Energien nicht immer als schwarzer Peter da voranstellen. Es gibt viele andere Gefahren, aber trotzdem die Herausforderung im Rahmen der Energiewende, die ist hoch, das muss man schon sagen. Also wir brauchen Großspeicher, die praktisch dann einspringen, wenn nicht genügend erneuerbare Energie vorhanden ist? Das kann man prinzipiell so sagen, aber der Weg dahin ist weit, weil die Frage ist ja, wer bezahlt diese Großspeicher und da müssen wir halt schauen, an welchem Ende fangen wir an. Es ist immer gut, wenn privates Kapital da reinkommt, wenn es Privatleute gibt, wenn es Banken gibt, Fonds, die solche Projekte finanzieren, weil da natürlich sehr viel mehr Dynamik entsteht, als wenn der Staat jetzt das alles aufbauen müsste, das wäre unmöglich. Und deswegen ist es eigentlich gut, dass es schon Geschäftsmodelle gibt für Großspeicher. Die wirken auch schon netzdienlich, die stabilisieren schon die Netze. Jeder Speicher, der da hängt, der wirkt positiv. Allerdings erfüllen die noch nicht die Aufgabe, dass die jetzt die Photovoltaikenergie von mittags 12 Uhr in die Nacht bringen. So weit sind wir da noch nicht. Wir sind momentan bei anderen, bei kurzfristigeren Geschäftsmodellen und da kann ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Ja, bitte. Das erste Stichwort, das man so ein bisschen kennt, da wurden ja schon vor zehn Jahren oder fünf, sechs Jahren die ersten wirklich großen Speicher aufgebaut. Das ist das Stichwort PRL, also Primärregelleistung. Das ist eigentlich ein ausgeschriebenes Geschäftsmodell. Die Netzbetreiber oder die Bundesnetzagentur oder man muss das Ganze europäisch sehen, das ist ja ein größerer Rahmen, die schreiben eine gewisse Leistung aus und Speicher können sich dafür bewerben. Und was machen die? Immer wenn die Frequenz absinkt, dann schieben die Energie rein und versuchen das Netz von unten zu stabilisieren. Immer wenn die Frequenz zu stark ansteigt, dann nehmen die Energie raus. Und da wird nicht die Energie bezahlt, die jetzt so einen Speicher hin und her schiebt, sondern das ist tatsächlich die Leistung im beiderlei Sinne, also die Leistung des Speichers und die Dienstleistung des Speichers da einfach zu jeder Zeit bereit zu stehen. Aber man hat über die Jahre festgestellt, das ist sehr volatil, das alleine reicht nicht und es hängt ja auch immer vom Design ab. Wie viel PRL wird denn tatsächlich ausgeschrieben und wie viel bewerben sich dafür? Es ist übrigens in anderen Ländern relativ ähnlich. Großbritannien ist da so ein Beispiel. Die schreiben auch so eine PRL aus, allerdings nochmal eine schnellere Form. Darum heißt es auch Fast Frequency Response, also die schnellere Frequenzantwort. Oder auch in Australien gibt es viele Großspeicher, die sich so finanzieren. Das ist noch ein bisschen anders als PRL, aber prinzipiell dasselbe Mechanismus. In welcher Geschwindigkeit kann ich mir denn vorstellen, dass diese Speicher reagieren? Ja, bei der PRL ist es eigentlich von der Vorschrift her unter 30 Sekunden und Fast ist dann wirklich unter 1 Sekunden. In Australien gibt es Speicher, die sogar irgendwo im 100-Millisekunden-Bereich reagieren. Das zweite Geschäftsmodell, das gibt es momentan noch in Deutschland, das heißt VNE, Vermietende Netzentgelte. Das heißt, man baut einen Speicher auf die grüne Wiese mit einem Netzanschluss und stimmt das natürlich mit dem Netzbetreiber ab. Und wenn der Netzbetreiber große Spitzen im Netz hat, dann versucht der Speicher, die mit abzufangen. Und das wird auch bezahlt. Das ist gesetzlich vorgeschrieben im Rahmen dieser VNE-Richtlinie. Allerdings muss man dazu sagen, dieses Geschäftsmodell, das fällt in Zukunft weg. Das gibt es nicht mehr. Deswegen braucht man das auch nicht mehr speziell ansprechen. Und ein ganz neues Geschäftsmodell, das da sehr interessant wird, das ist der Intraday-Handel. Es gibt ja Intraday-Handel für Energie. Jeder Energie-Bilanzkreis-Verantwortliche, der muss schauen, dass er genügend Energie rechtzeitig zukauft, damit er seine Verbraucher im Bilanzkreis auch versorgen kann, damit es da keine Unterdeckung gibt. Und das ist teilweise dann ein recht schneller Handel. Viertelstundenweise wird das gemacht. Und je näher man an die eine Viertelstunde kommt, die jetzt da gerade beginnt, desto genauer muss man darauf achten, habe ich jetzt zu wenig Windkraft eingekauft, geht momentan zu wenig Wind oder fällt mir ein fossiler Kraftwerksträger weg oder so, muss ich noch was zukaufen. Und das Interessante ist, hier werden die Preisausschläge dann relativ hoch. Und das ist genau das Modell, wo sich solche Großspeicher dann jetzt schon rentieren können, wenn man eben in das Trading mit diesen hohen Preisausschlägen zu kurzen Zeiten reingeht. Und das nennt sich dann Intraday-Handel. Gibt es jetzt mittlerweile seit, ich sage jetzt mal ein, zwei, drei Jahren, gibt es schon sehr lang beim Energiehandel. Und jetzt kommen da die ersten Großspeicher rein. Und da gibt es schon etliche Projekte im Bereich von 10 Megawatt und größer in Deutschland jetzt mal, am Beispiel Deutschland. Und die verdienen da schon einen Teil ihres Geldes. Und je unerwarteter die Lücke sozusagen entsteht, umso höher ist dann der Preis. Genau, genau. Da lacht sich eigentlich der Speicherbetreiber ins Fäustchen, wenn der Bilanzkreisverantwortliche zu langsam war und dann zu hohen Preisen seine Speicherenergie zukaufen muss. Ist eigentlich so ein bisschen zu vergleichen mit der Hochfrequenzbörse, wo eben je kürzer die Zeiten, desto höher werden die Ausschläge. Und wenn man das zusammenfasst, mit PRL und Intraday-Handel sind solche Speicher tatsächlich finanzierbar. Momentan helfen noch die vermietenden Netzentgelte, die fallen aber weg. Das Ganze ist für diese Speicherbauer und Betreiber jetzt kein EEG, so nach dem Motto 20 Jahre festgeschrieben. Jeder Finanzierer läuft einem nach und sagt, hast du noch Projekte? So ist es nicht. Das Ganze ist sehr viel volatiler und mit ein bisschen mehr Risiko behaftet. Aber wie gesagt, es sind valide Geschäftsmodelle, die inzwischen auch von Finanzierern nachgefragt werden im Rahmen von Projekten. Also wer macht diese Großspeicher? Sind das dann die großen Energiegesellschaften oder sind das Unternehmer? Ja, man kann eigentlich sagen, Unternehmer oder im PV-Bereich heißen die ja EPCs und die gehen dann auch auf die Finanzierer zu und sagen, ich hätte da ein schönes Projekt. Wie schaut es aus? Das ist der Finanzplan von dem Speicher. Wenn dir der gefällt, dann steige die Finanzierung mit ein und wir bauen den miteinander. Und ganz wichtig ist, den jeweiligen Netzbetreiber einzubinden, weil in dem Netz passiert es und ohne Netzbetreiber geht es nicht. Aber die machen es nicht in erster Linie selbst. Da würden wir später noch dazu kommen. Das sind dann die sogenannten Netzbooster. Primär muss man sagen, der Netzbetreiber darf eigentlich keinen Speicher betreiben, obwohl der die meisten Vorteile davon hat. Das ist auch das größte Problem in der Reglementierung. Der Netzbetreiber hat den Vorteil davon, weil der Speicher seinen Netzbetrieb ausgleicht. Aber der Speicher ist immer noch gesehen, einmal als Energieverbraucher und einmal als Erzeuger. Und ein Netzbetreiber darf durch das Unbundling bei uns keine Energieerzeuger betreiben. Bei den Netzboostern kommen wir noch drauf, da weicht es vielleicht ein bisschen auf. Okay. Vielleicht noch eine ganz einfache Frage. Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach. Was sind das für Speicher, technisch betrachtet? Sehr gute Frage. Da rede ich mir immer gar nicht mehr drüber. Das sind Lithium-Ionen-Speicher, allerdings verschiedene Technologien. NMC, Nickel-Mangan, Kobalt oder LFP, Lithium-Eisenphosphat kommt immer mehr rein. Also verschiedene Technologien von Lithium-Ionen-Speichern, die alle einfach sehr schnell reagieren können, die ihre Energie in der Regel innerhalb von einer Stunde abgeben können oder auch schneller oder auch wieder aufnehmen können. Was da normalerweise nicht dabei ist, sind Bleispeicher. Die gab es früher mal. Die sind etwas zu wenig dynamisch. Oder auch irgendwelche Flüssigkeitsspeicher oder so. Oder was eigentlich ganz undenkbar ist, sind solche Krane mit Betonblöcken, die immer wieder durch die Netze geschoben werden. Ich denke nie, dass das irgendeine Form der Wirtschaftlichkeit erreichen wird. Und selbst wenn man es CO2-mäßig sieht, um diese Betonblöcke erstmal herzustellen, fällt so viel CO2 an. Also das ist mit den Ressourcen bei den Lithium-Ionen, die oft negativ diskutiert werden, da ist man sicherlich nicht besser. Ja, Luftdruckspeicher könnte es noch geben vielleicht. Genau. Der Lithium-Ionen-Speicher hat halt den großen Vorteil der hohen Effizienz. Hohe Dynamik, hohe Effizienz, Wirkungsgrade, sagen wir mal ganz grob, wenn man alles einrechnet, irgendwo zwischen 85 und 90 Prozent oder auch höher. Beim Luftdruckspeicher ist man einfach sehr viel tiefer. Und da können wir auch die Ingenieure noch länger beschäftigen. Die können die Physik nicht austricksen. Wenn man Luft komprimiert, dann fällt einfach Wärme an und die kann man in der Regel nachher nicht mehr so verwenden. Also da ist man bei Wirkungsgraden bei 30 Prozent oder in der Größenordnung. Okay. Nun ist ja der Staat daran interessiert vermutlich, dass sich das Ganze entwickelt und das wahrscheinlich auch ein bisschen Eile geboten ist, was die Energiewende betrifft. Jetzt gibt es in Deutschland die Innovationsausschreibung. Können Sie das Modell mir kurz erläutern und vor allem inwiefern es zum Erfolg Ihrer Meinung nach beitragen kann? Ja, diese Innovationsausschreibung war ja eine Zeit lang auf Eis gelegt nach dem Motto, was machen wir denn? Machen wir Anlagenkombinationen? Fassen wir Wind und Solarkraft zusammen und so weiter? Es hat sich eigentlich dann herausgestellt, dass man diese Kombinationen von Photovoltaik und Speichern vor allem eigentlich in diesen Projekten drin hat. Die Projekte werden ja ausgeschrieben und das ist zwar jetzt auch ein gefördertes Modell, weil das über das EEG finanziert wird, aber ich denke schon, dass das genau in die richtige Richtung geht. Also es werden da Solarparks aufgebaut, es wird ein Speicher daneben gebaut, in der Regel am selben Netzanschluss und die ganze Anlagenkombination bekommt für diese Energie, die dann teilweise im Speicher zwischengepuffert wird, etwas mehr Geld, als wenn der Solarpark alleine in die Ausschreibung geht. Auch das ist ein Ausschreibungsmodell, es ist dann definiert, wie groß muss der Speicher sein am jeweiligen Solarpark. Da gab es auch in der Definition zunächst einige Missverständnisse, darum gibt es einige Speicher, die vielleicht da nicht so furchtbar netzdienlich ausfallen, aber die Tendenz geht in die richtige Richtung. Man kommt in diese Großspeichereien. Die Zeiten, in denen man dazwischen speichert, die werden tatsächlich immer länger, es werden auch die Vorgaben so sein. Ganz am Anfang war man bei Speichern, die so 25 Minuten praktisch ihre Leistung bringen können müssen. Jetzt ist man in der aktuellen Runde bei zwei Stunden, also da kommt man schon in die richtige Richtung und ich glaube, dass da die Förderung sinnvoll angelegt ist, damit man das, was man erreichen will, also diese Pufferung im Netz zu immer längeren Zeiten, damit man da einfach an dieses Ziel kommt. Denkt ein gutes Modell. Also man bekommt eine erhöhte Vergütung dafür, dass man eben zusätzlich netzdienlichen Speicher anbietet. Genau und dass man den Strom der PV-Anlage über gewisse Zeiten zwischenspeichert und zu besseren Zeiten eben ans Netz abgibt. Es ist eines dazu zu sagen, der Speicher wird ja über das EEG bezahlt. Er könnte sich durch netzdienliche Leistungen eigentlich ein bisschen selber mitfinanzieren. Also auch diese Speicher könnten Intraday-Marketing machen, könnten PRL machen, zumindest in der Nacht. Das ist aber leider im momentanen Design untersagt, weil dazu müsste der Speicher sich auch aus dem Netz aufladen dürfen, nicht nur aus der PV-Anlage. Und leider ist das momentan, ich sage jetzt mal, blockiert. Also da wäre ein Appell auch an die Bundesnetzagentur, die das Design ja macht, dass man das mal öffnet, dass die Speicher dann einen Teil ihres Geldes selber am Markt verdienen und dass man damit das EEG und sprich den Energieverbraucher, der die Umlagen erzahlt, dass man die damit weniger belastet. Das wäre hier vielleicht so ein bisschen der Zukunftsausblick. So könnte das noch wirkungsvoller werden, dieses Modell. Noch eins dazu, die Innovationsausschreibung. Warum brauchen wir die? Die brauchen wir natürlich deswegen, weil das Zwischenspeichern im Netz über längere Zeiten einfach so bei Weitem nicht wirtschaftlich ist. Deswegen brauchen wir das ein bisschen als Anschubmodell, um eben das in längere Zeiten zu bringen. Es gibt schon Projekte in Kalifornien, wo man PV-Anlagen mit Speichern total wirtschaftlich am freien Markt betreibt. Aber Deutschland ist halt nicht Kalifornien. Nicht jetzt von der Einstrahlung alleine, sondern von der Verteilung der Einstrahlung. Und deswegen geht es am freien Markt so noch nicht in der Form. Und deswegen macht es Sinn, dass man das mit der Innovationsausschreibung anschiebt. Größere Mengen Speicher, Lernkurve, geringere Preise irgendwann, geringere Systemkosten haben wir ja bei der Photovoltaik gesehen. Und dann kommen wir in die wirtschaftlichen Bereiche rein. Ja. Im Oktober soll ja der sogenannte Redispatch 2.0 starten. Auch sogenannte Netzbooster sollen zum Einsatz kommen, um die Netzstabilität sicherzustellen. Können Sie mir einfach die beiden Begriffe kurz erklären, beziehungsweise uns eine Einordnung geben, wie diese Vorgehensweisen zu bewerten sind? Ja, gerne. Also Redispatch ist einmal eine Maßnahme, auch um das Netz zu stabilisieren. Und wir wissen ja mittlerweile, bei uns haben wir im Norden sehr viel Windkraft, im Süden sehr viel Industrie. Und da kann es zum Beispiel vorkommen, dass im Norden jetzt der Wind sehr gut weht, im Süden die Energie sehr gut abnimmt, aber dass irgendwann zwischendurch die Netze das nicht mehr übertragen können. Die Situation, die haben wir ja. Was muss man dann machen? Dann muss man im Norden Windkraftanlagen abregeln und muss man im Süden dafür ein Gaskraftwerk anschmeißen, damit die Verbraucher weiterhin ihre Energie haben. Das wäre dann eine große Redispatch-Maßnahme. Das ist natürlich nicht schön, weil es im Endeffekt Vergeudung von Energie ist und Produktion von CO2, wo es nicht sein müsste. Redispatch 2.0 ist jetzt was Neues. Und zwar versucht man diese Regelmaßnahmen, die momentan nur auf Großkraftwerke bezogen waren. Die überträgt man jetzt auch auf kleinere Anlagen, zum Beispiel Biogas, PV, Windanlagen. Ich glaube, die Grenze liegt bei 100 kW. Müssen jetzt sich an diesem Redispatch beteiligen, werden also irgendwann mal abgeregelt, wenn das Netz gerade überlastet ist. Das könnte man jetzt natürlich durch Netzausbau, sage ich jetzt mal, beheben. Das ist das eine. Und die anderen Ideen sind eben ein gewisser Ausbau von Speichern, wie Sie gesagt haben, an irgendwelchen neuralgischen Punkten. Das Beispiel wäre dann im Norden steht ein Speicher und im Süden steht ein Speicher an einem Netzknotenpunkt. Der Speicher im Norden nimmt dann die Windkraft auf über die Zeit, wo sie zu viel ist. Und der Speicher im Süden gibt in der Zeit seine Energie an die Verbraucher ab. Und irgendwann, wenn das Netz weniger belastet ist, dann gleichen die diese Energien wieder aus. Also man könnte sich zum einen sagen, man kann sich vielleicht eine Leitung sparen. Zum anderen ist auch die Argumentation, der Netzbetreiber garantiert die sogenannte N-1 Sicherheit. Sprich, es muss immer eine komplette Reserveleitung da sein, damit es im Fehlerfall nicht zu einem Zusammenbruch kommt. Das ist die N-1 Sicherheit. Und da kann der Netzbetreiber sagen, okay, jetzt bauen wir mal keine Reserveleitung, sondern jetzt bauen wir oben und unten einen Speicher und dann können wir uns eine Leitung sparen. Genau das ist der Gedanke, der hinter diesen Netzboostern steckt. Und es gibt da in Deutschland eine, ich sage jetzt mal ein, zwei, drei Projekte, die konkret ausgeschrieben sind. Die hängen allerdings irgendwo so ein bisschen im Ausschreibungsverfahren. Man weiß noch nicht ganz genau, wo sollen die hinkommen. Projektgröße ist so 100 Megawatt und 250 Megawatt gibt es auch. Mit diesen Projekten will man eben das auch ein bisschen versuchen. Das sind Prototypen. Und auch zu untersuchen, was ist denn im Endeffekt wirtschaftlicher? Ist es besser, hier eine Leitung zu bauen oder ist es besser, hier zwei Speicher hinzubauen? Und da wird auch diskutiert, wer darf diese Speicher bauen? Darf sich jetzt der Netzbetreiber tatsächlich an diesen Speichern beteiligen oder müssen das wieder private machen oder wie kriegt man das hin? Das wird im Rahmen dieser Ausschreibungsverfahren diskutiert. Das klingt alles eigentlich schon durchdacht, aber es klingt gleichzeitig auch so, als wäre da noch eine ganze Menge zu tun in der Zukunft. Wir haben ja die Diskussion, wie wir die Energiewende schaffen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und vielleicht sagen Sie noch ein Wort dazu, wie weit wir da sind. Haben wir überhaupt eine Chance, das rechtzeitig zu schaffen? Das ist jetzt gerade in Bezug auf die Netzbooster eigentlich nochmal ein sehr gutes Stichwort, weil die Frage ist natürlich, was ist wirtschaftlicher? Wahrscheinlich wird langfristig die Leitung wirtschaftlicher sein, weil die steht dann zur Verfügung und wenn sie im Betrieb ist, dann kann sie immer Leistung übertragen und so weiter und so fort. Aber wir alle kennen ja aus der öffentlichen Wahrnehmung die Diskussion. Eine Leitung braucht eine Trasse und die Trasse muss man erst mal abstimmen. Man muss die Leute, wie man politisch so schön sagt, mitnehmen. Und ich glaube, das ist in heutiger Zeit und speziell auch in Deutschland sehr, sehr schwierig. Ein Speicher, der kann durchaus mal in einem halben Jahr irgendwo hingestellt sein. Die Netzanschlüsse gibt es schon an den Stellen, wo Kraftwerke zum Beispiel abgeschaltet werden. Und das heißt, es zählt nicht immer das Geld. Es zählt auch nicht unbedingt, wo ist das volkswirtschaftlich günstiger oder wie ist das besser zu realisieren, sondern es zählt auch die Zeit. Und da können Speicher gegenüber dem Netzausbau sehr, sehr große Vorteile haben. Dann vielleicht zum Schluss. Sie haben es jetzt schon angedeutet, die Netzbooster sind ein großer Baustein für die Zukunft. Was sind ansonsten auf dem Weg zur Energiewende aus Ihrer Sicht jetzt im Moment die wichtigsten Schritte für die nahe Zukunft? Also die wichtigsten Instrumente sind einfach, dass man über den Ausbau an erneuerbaren Energien jetzt redet. Wir sind nicht am Ende der Kapazitäten. Und auch wenn wir erneuerbare Energien abregeln, dann ist das nur eine wirtschaftliche Frage. Aber das ist kein Drama in der Regel für erneuerbare Energien. Also es ist ganz wichtig, dass wir Vollgas erneuerbare Energien ausbauen. Es bringt gar nichts, wenn man jetzt aufgrund der Gesetzeslage das Enddatum einfach zehn Jahre vorverschiebt und sonst nichts tut. Also wir müssen erneuerbare ausbauen. Und dann kommt natürlich dazu, die Innovationsausschreibung, die wirkt positiv in Richtung Speicherausbau. Diese Netzbooster sind sicherlich ein interessantes Element für den Speicherausbau. Die privat finanzierten Speicher sind sicherlich ganz interessant in Richtung Speicherausbau, dass wir eben mehr Speicher ins Netz reinbringen. Hinzu kommen dann auch die vielen E-Autos, die man vielleicht nicht unbedingt bidirektional nutzt, aber die man schon mal gesteuert laden kann. Auch das ist eine Art virtuelle Speicherkapazität. Also es wird einfach viele unterschiedliche Bausteine brauchen. Natürlich die saisonale Speicherung über Wasserstoff, Elektrolyseure, das braucht man dazu. Wichtig ist auch, dass die Speicher, die wir bauen, dass die jetzt ein bisschen mehr Netzdienstleistung machen, als sie bisher machen. Das sehen wir in Australien. Die haben sehr lange Netze, teilweise nicht ganz so stabil wie in Deutschland. Und da sind diese zusätzlichen Netzdienstleistungen, die Netzträgheit, die schnelle Reaktionszeit, die Kurzschlussleistung, die in Speicher bringen muss, die sind sehr, sehr wichtig. Da ist übrigens, ich glaube, SMA ist ja heute der Sponsor der Veranstaltung. Die sind da ganz vorne dabei, den Wechselrichtern da solche zusätzliche Leistungen mitzugeben, weil die einfach in Zukunft erforderlich sein werden, um unsere Netze zu stabilisieren. Da steckt auch unsere Chance drin, da wieder wirtschaftlich zu punkten als Deutschland in Europa und in der Welt. Das glaube ich, muss man auch dazu sagen. Und vielleicht ein letztes Stichwort dazu. Sie haben es ja am Anfang angesprochen. Was droht? Es könnte der Blackout drohen, jetzt weniger vielleicht wegen erneuerbaren Energien, aber wegen Datensicherheit oder sonst was. Und da sind Speicher natürlich auch ganz wichtig. Wenn die irgendwann mal inselfähig sind, wenn die schwarzstadtfähig sind und so weiter, dann werden die zur Resilienz unserer Netze sehr viel beitragen und einfach unsere ganze Industriegesellschaft eben absichern. Weil, wie gesagt, wir brauchen stabile Netze. Wir brauchen aber erneuerbare Energien. Wir brauchen diese Wege. So geht es nicht weiter, wie wir es jetzt machen. Und da sind Speicher einfach absolut ein wichtiger Baustein. Ganz herzlichen Dank. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über Herrn Urban wissen möchten, finden Sie ihn auch im Internet unter www.urban-hans.de. Da kann man auch Kontakt zu ihm aufnehmen als Berater oder Speaker, nehme ich mal an. Vielen herzlichen Dank für diesen Podcast, Herr Urban. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Auch danke für Ihre Moderation und Ihre Fragen. Ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt, oder? Denke ich auch. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das auch so. Und wenn ja, dann sind Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bückler. Alles zu Großspeichern sowie weiteren zukunftsfähigen Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien und innovativen Batterietechnologien finden Sie auf der EES Europe, Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme. Infos gibt's online unter